Liebe MAP-Riesen-Fans, liebe Ludwigsburger. Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr schwierig für mich. Ich muss euch heute mitteilen, dass ich den Verein verlassen werde. Nach 14 Jahren, neun als Spieler, jetzt fünf als Trainer, beginnt für mich ein neues Kapitel. Ich bin euch wirklich unglaublich dankbar für die schöne Zeit, die ich hier haben durfte. Ich bin damals als junger Spieler hierher gekommen, als junger Mann, mit dem Traum, Baseballprofi zu werden. Dieser Traum wurde mir hier in Lubisburg erfüllt. Nach meiner Spielerkarriere habe ich die Möglichkeit bekommen, hier weiterhin als Trainer zu arbeiten, wofür ich dem Verein für immer dankbar sein werde. Aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. um als Headcoach zu arbeiten. Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei euch allen bedanken. Für all die Unterstützung, die ich über die Jahre hier erhalten habe. Es gibt viele schöne Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Ludwigsburg wird auch immer ein Teil von mir sein und immer in meinem Herzen sein. Und Ludwigsburg ist auch mein Zuhause. Ich möchte mich auch nochmal ganz besonders beim Verein bedanken. Und ganz besonders bei Alexander Reil, der mir trotz laufendem Vertrag jetzt die Möglichkeit gestattet, den Verein zu verlassen und woanders als Headcoach zu arbeiten. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und zeigt einfach auch nur, dass sich Leute hier wirklich für mich interessieren und für meinen Weg und für meine Karriere. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Zu allerletzt möchte ich noch sagen, dass Ludwigsburg unser Zuhause ist. Meine Kinder sind hier zu Hause. Meine Familie, ich bin hier zu Hause. Das fällt mir echt schwer. Und nochmal, ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen. Ich hoffe, dass wir nochmal die Möglichkeit haben zu spielen und nochmal zu sprechen. Von daher alles Gute und hoffentlich bis bald. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen.